hallo leute ich spiele schon länger mit dem gedanken vielleicht etwas mehr inhalte auf einem zusätzlichen patreon kanal zur verfügung zu stellen warum das ganze nun du bekommst mehr inhalt und für mich ist es eine kleine motivation weiteren content zu produzieren und natürlich auch eine kleine kompensation für die arbeit die ich in meinen kanal und in meine inhalte stecke und somit zeigst du mir dann auch dass dir meine arbeit etwas wert ist was ist für dich drin zunächst einmal werde ich für alle patreon abonnenten dann meine präsentations folien ohne wasserzeichen zur verfügung stellen so dass ihr diese dann auch herunterladen wird außerdem werde ich mein quellcode für alle programmier videos exklusiv für alle patreon abonnenten zur verfügung stellen und ich werde nach und nach ein folien archiv aufbauen bis hin zu allen folien die auf videos basieren die ich hier veröffentlicht habe außerdem möchte ich meine exklusiv videos die ich auf odyssey zur verfügung gestellt habe auch auf dem patreon kanal migrieren so dass du nicht zwinglich bei odyssey anmelden muss oder library credits sammeln muss um diese videos freizuschalten außerdem plane ich auch weitere goodies in form von pdfs die ich dann eventuell auch über patreon verteilen werde meine idee ist das relativ günstig aufzubauen und zwar dann wahrscheinlich etwa 1 euro pro monat kosten und geplant habe ich das dann eventuell nächstes jahr durchzuführen deswegen bin ich an deiner meinung sehr interessiert lass mich in den kommentaren wissen was du davon hält ob dir mein content was wert ist und natürlich ob du vielleicht interesse daran hättest oder wenn nicht dann lass mich das auch gerne wissen und damit bedanke ich mich fürs zuhören und freue mich über deine kommentare